Du wirst da eigentlich anfangen zu laden, ne? Jo, bei mir lebt's. Tragische Königreich, reicht das um ne neue Map, oder nicht? Ja, die haben wir noch nicht. Tragisches Königreich. Sind da auch neue Maps dazugekommen? Das ist ne offizielle Tripwire-Karte. Sind da auch neue Maps dazugekommen? Die kenn ich auf jeden Fall nicht. Tragisches Königreich. Geil. Neue Maps, Alter. Geht doch mal Zeit, ey. Also optimal, ey. Denkt an eure Ausbildung! Ach, erste Welle. Geil. Aber wir sind nur zu zweit, ne? Ne, ne, hier rennt noch andere oben. Ja? Ja? Tatsächlich, geil. Dann kann ich ja das Display starten. So. Direkt ins Schwarze! Schöner Schuss! Geil. Geil. Kein schlechter Anfang. Das war aber nicht so gut. Und noch einer! Ja, wo den Fein? Ausgezeichnet! Das sind fast alle! Geil! Das ist ja geil, das neue Update, Alter! Oh, diese schöne neue Map, Alter! Byrotechnik Forum! Geil! Das gefällt euch doch, oder? Ich brauche einen Arzt, wieso brauche ich einen Arzt? Ganz neue Tripwire-Karten, Alter! Alles gratis! Ja, das ist ja echt geil! Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job! Wir sind ein super Team, oder? Oh, hier kann ich noch gar nichts verbessern, das ist immer dasselbe. Letzte Chance, Leute! Ich hab' 500! Ja, ich glaub' das kann man holen. Da kann man die doppelte 9mm holen. Weil dann gibt's ja keine Munition mehr, das ist ja schade. Ich glaub' ich willens 2 davon. In Cray, dann hast du mehr. Ich kieks dich! Letzte Chance, ich muss die Kapsel zu! Du hast schon das Portal nach! Ja, ich kieks dich! Warte mal! Jetzt bin ich auch am Zug! Was für eine Schöne, Alter! Zurück an die Arbeit! Mehr Salz kommen! Geil! Das gefällt mir ja hier, Alter! Von mir kann die Mücke rein! Wir sind draußen schon Mücken unterwegs! Die? Mücken? Ja! Ich glaub' ich bin schon Mücken, oder nicht? Ich hab' doch keine hier Mücken gehabt als Zucker. Und schnell! Ah, Deckerchen! Wir rüber ab! Richtig! Hat der große Schuhe an! Hahaha! Schwein! Der Kunst wird Schwein! Da ist der Klau! Sofort die Rübe ab, Alter! Da ist der Klau! Sofort die Rübe ab, Alter! Der ist schwer, der ist jetzt hier! Wir kommen in die Händler-Papsel bald wieder! Aja! 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 Was? Hat doch einer gerade geredet hier oder nicht? Ja aber ziemlich leise, also ich glaube schon, dass es so etwas wie Sprachcheck gibt. Aber die können uns nicht hören, ne? Weiß ich nicht, weil sie mich auf jeden Fall nicht. Ich glaube es nicht. Tram schantigaschen. Rübe ab. Redaktion. Hö, Hö! 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 Oh, ich bin auf der Fall. Ich hab's für die Arche. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Hey, du Geldsack. Vergiss nicht, das Geld anzulegen. Und ist John okay? Schön, dass du wieder zurück bist. Blute nicht alles voll. Sind immer noch 1000, oder? Ne, warte mal, 700 und 700 sind 1400. Ich hab Geld über, weil ich hab hier kein Geld. Ich hab nur 200, ey. Letzte Chance, Leute. Feinde geortet. Das Katana kostet nur 6, sonst musst du doch langsam mal beißen können. Ja, tust du erst nachfüllen, oder? Ich muss ja Positionen immer wieder nachfüllen. Ja, das geht ins Geld. Ich tue erst kaufen und dann nachfüllen. Ja. Das muss man natürlich auch machen. Geile Lichter. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Machen wir noch mal so ein Bier jetzt hier in der Pinsel rein. Wir sehen ja fast wie ein Team aus. Eine von diesen verhüllten Königs hier. Oh. Boah. Spitzel gut, Alter. Das ist ne Spitzel. Boah. 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 Ich dachte, der spritzt jetzt mehr als vorher. Ja. Habe ich auch so das Gefühl. Ja. Ja. Es ist so und ja. Ja. Ich dachte. Ich bin hier durch. Boah. Ich muss abfahren, Alter. Ich bin hier tierisch. Selbstheim, ja. Hey, wir haben die Selbstzeit. Danke. Oh, Alter, hab ich mich getötet? Ja, der hasst dich, Alter. Was? Bist du da unten drauf? Der hat irgendwie was losgeschossen, ey. Der hat ja schön angekotzt, ey. Der hat ja voll zum Kotzen, ey. Haske, der hat mich irgendwie... Hat der so explodiert und dann bin ich das Wort nicht drauf. Da sind noch zwei. Ja. Ja. Da müssen wir hin. Du hast dich richtig gut im Team gemacht. Sansa? Sansa? Ach ja, die Schaufel kann ich also laufen. Bist du, hat er wieder gesuppelt? Hast du es gehört? Ja. Aus. Ja, die reden wohl miteinander da. Beeilung, die Sets komm näher. Und kommt und geht. Was für eine Schönheit. Tanztablette, das ist ein Deutscher. Mehr Sets geortet. Zurück in den Kampfmesami. Ich muss nachladen. Cool und old school. Und irgendwie elegant. Oh. Katana habe ich hier gar kein Problem, meine lieben Leute. Oh, da machen wir ja einfach so nass. Schön. Oh. Ach, das fährt das Karussell. Ist doch egal, das ist doch eigentlich ein Lieblingsfreund. Das ist doch geil, ja. Oh, hab ich mal extra angemacht. Oh, ich war mal im Hansapark im Kettenkarussell, ja. Das Ding war, ist 40 Meter hochgefahren. Und da konnte man nicht, äh, sich schützen lassen. Da ging nur so ein Zügel runter. Wir konnten es auch oben mit 50 Metern wieder hoch machen. Die Möbel. Alter, ich hab mich in die Hosen geschissen. Die Bergkraft. Ich bin mir ja gar nicht sicher hier oben, ja. Oh, nicht wieder den Großen hier. Der ist ganz gefährlich. Du Arschloch, nimm mich im Arsch hier. Ey, du musst ihn auch nicht haben. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Das Kettenkarussell, da konntest du den Blügel hoch und runter machen. Wir haben nur runtergegangen die Ketten, ja. Alter. Nein, das ist mansrange. Nein, der ist so stark. Lasst mich in Ruhe. Oh Portion, ja. Oh crew. Oh mon. Oh, ihr Ärger. Aberiso dass noch er zu tive hat. das kann auch lustig werden generatose aber du musst aufpassen, der wird ja den kleinen gehen aber die sind auch noch rahmenlos der spielt auch noch der Konzer weil der mit seinen komischen Leuten in den Händen da ist wo fliegen die hin? die fliegen halt so ich seh das alles im Blick hier er ist noch weh hinter mir auf die Rübe und nochmal bei dir auch der geht, der ist harmlos der ist wieder aufgestanden das war der letzte geht zur angezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung gute Arbeit das System sagt, dass du der beste Spieler des Teams warst dass du mit Geld nicht gestorben bist vielleicht leben wir in Zukunft hier ja, das war doch vorher nicht so ok ja, meine ist irgendwo liegen geblieben, das Kartana ja, kann nur das Kartana nehmen leider geht nichts anderes so, dann noch ein bisschen Rüstung ja, so fang ich auch immer gleich an ich kauf mal nach den ersten zwei Runden das Kartana dann das Zweihänder dann die Rüstung und ganz zum Schluss, wie jetzt und dann kriegst du erstmal Geld dann ich schließe die Kapsel gleich die Pause ist vorbei zurück an die anderen mehr Sets kommen gut, dann sollten wir wohl zusammenbleiben ja bleiben wir hier in dem Tunnel drin das ganze Muckel ist neu warum nur haben wir jemals unsere Höhen ach nicht du Arschlau auch zu Kölben hier du bist ja los äh 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 aber es sind noch viele Sets übrig was das wird noch richtig heftig werden uah ich hab noch einer äh Gruppen das ist der das ist der das ist der wieder oh nein nein ner meine so hallo aus dem Weg hier ich hab gar nichts zu machen der ist super Ja, sag ich ja, er ist voll böse, Alter. Ja, ich hang fest und du hast bestellte Marino gelassen. Ja, ich musste, aber ich hau da ab bei denen. Ja, ich musste nachladen. Du hast Problem. Ich hab hier nichts zum Nachladen, ich hab meine Katana. Ich geh jetzt zu den anderen Typen erstmal hin, da muss ich nicht. Aua ab, du Arschloch! Oh, der schießt mir Granate. Okay. Ey. Mein Dad hatte wohl so etwas, aber eher simpler. Aua, du Witz, da du. Sind die denn alle da hinten? Alle sind sie ja. Man, ich fick ja du. Was auf, fucker du. Komm her, du Fickzaro. Ich fick ja einen. Nein, der ist ja hinter der Große. Aua. Wir haben gar keinen Bock, ich bin jetzt Level 10 hier, ja? Ich bin gleich Level aufgestiegen, aber... So. Ich bin gleichher Flüge. Ich bin gleichher Knorr. Ich bin gleichher Flüge und lau. Ich bin gleichher Flüge und die Flüge. Mal was die Flüge der Milch in dem, wie sie zugegeben sind. Und hier ist die Flüge her. Ich bin echtterig. das wird zum Schluss noch lustig, dass das. Oh nein, nicht den Großen! Alter, man muss das Downs hier. Wieso der hier? Richtig. Wützer! Hältst du die anderen Hände? Brauche ich bitte. Der Lott, wie schnell der hier hier? Jetzt kann ich wieder machen. Kein Bock mehr. Das Update hat's ja vollgebracht, Alter. Oh, hier ist Sackgasse. Ja, kannst du wieder rund umspielen. Nehmen wir mal noch, ja. Die Kapsel ist wieder offen. Rüsten wir euch aus. Du bist gestorben. Du bist gestorben. Das kostet dich Geld, weißt du? Wir sind richtig toll. Das gefällt mir. Boah, das Geld reicht auch nicht toll. Ich kriege nie viel Geld. Ja, auf Schwer kriegst du weniger, ja. Ich weiß nicht, wo meine Waffe lag. Gucken wir uns erst mal loszweifeln und wiederholen. Sind wir doch alle gut dabei? Setz, geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Ich brauche auf jeden Fall Panzer rum, das ist sehr wichtig. Dann brauche ich die Granaten. Und vielleicht noch ein bisschen Monition, ja. Was wir mit dem Katana haben, das steht nicht anders. Der Ternik noch mal, wenn er den Schnüppel da hat. Ich brauche mehr Geld. Beeilung, die Sets kommen näher. Ich brauche ihn mir nicht kaufen. Geld? Hört auf, über Geld zu reden. Nix ist ein bisschen bereit. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Besten. Oh, das ist lustig. Ach du Scheiß. Halt auf, ich sag's noch schwieriger geworden. Ich glaube mir zumindest zuvor. Gegner sind irgendwie noch krasser, eigentlich. Ich stehe wieder. Ihr Sackgasse. Ich hau, ich geh runter. Ausstieg. Gut, jawohl. Ne, da ist wieder der Große. Oh, ein Ohr, ja. Fick's halt oben. Perfekt. Ah. Genau, passt hier. Scheiße. Ach du Scheiße! Ich hau ab hier! Ganz schnell laufen! Berserker! Was ist das hier? Mission oder was? Ja nimm! So! Flashbound, da ist einer gestorben! Nö, die kommen ja los! Ich komme jetzt zu meinem Kollegen hier! Hier hoch! So! Gehen wir da? Nö! Machen wir wieder! Spick's ja du! Das hier war Schluss mit Lustig! Ja? Reiß sie langsam mal ein! So! Wer ist das? Machen wir wieder! Nee, der hat eine Kippensäge! Der ist schnell! Ja! 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 Der Bock! Der Bock! Ja! 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 Auf! Ja! Auf! Ja! Ja! Auf! Wir kommen die Händlerkapsel bald wieder an. Das wäre eine Rockprobe. Was weiß ich jetzt? Ich weiß nicht, dass nicht jemand da hochkommt. Ah, die Banschielen hochlaufen. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Ich glaube, ich habe jetzt schon gar nicht geholfen. Weiß da auch einer. Du hast da draußen das meiste Geld verdient. Hervorragend. Vielleicht schlagen wir uns so gut, dass die Set sich neu informieren. Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. Ah, wieder nur 700. Das reicht ja für nix. Was war da? Es sind neun, es sind ehen, sechs, graue Zolle. Das ist ein schwerer Fall. Die Zeit ist fast um. Trämmt eure Wahl. Wir kommen auf die doppelte neun Millimeter. Oh, da gibt mir einer Geld. Ich fühle mich schon fast wie ein Multimillionär. So. Beeil dich, beeil dich. Ich brauche den Röverisator. Ne, welcher ist das denn? Ich glaube, das noch einmal. Ich habe kein Geld für. Danke, dass er mir das Geld gegeben hat. Das weiß ich ja schon mal. Wunderbar. Ich brauche dir einen Lapdance an. Doch. Das sind die hin. Hier hinten. Die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Mehr Zets kommen. So. Und hier wird sich mit dem ausspielen. Oh, nö. Den will ich gar nicht hier haben. Wo seid ihr alle? Oh, der kommt hinterher. Schlimmse. Richtig, richtig gut. Ach, du Scheiße. Ja, ich muss nachladen. Nee. Was macht doch Spaß, ne? Ja, ich muss nachladen. Ja, ich muss nachladen. Wunderbar. Echt? Oster Junk? Ach, der ist weg. Ein guter Start, aber es sind noch viele Sätze für mich. Achtung, ein Spray. Du gehst von unter. Ach. Der ist weg. Und dein Kasten ist weg. Das schneide ich in Stücke, Zett. Und nicht wieder der, den da hau ich aber... Oh! Nein. Ach. Äh. Fuck, fuck, Alter. Ich würde mir hin, die wir in der Meer laufen. Alter... Der ist so schnell wie ich, obwohl ich so schnell laufen kann. So kann ich so schnell laufen. Wenn ich nicht die letzten Sets, dann kann ich die Händler-Kapsel für euch öffnen. Äh! Nein! Nein! Fantastisch! Es brennt so sehr! Oh! Oh! Scheiß mich ein hier, Alter! Freut mich nicht lang! So? Jetzt wurde ich zu euch, Alter. Jetzt wurde ich hier die Rollbahn hoch. So. Mit dem Ding bist du richtig tief! Jetzt hab ich ihn zurück hergeholt, Alter! Jetzt mach ihm Platz, Alter! Ich hab bloß keine Mundi mehr. Oh! Das hat man ja ein Katana! Hexen! Ich lade nach! Hexenisch! Ich lade nach! Und der darf noch ein großer! Wieso immer? Wird besser, Jo? Noch einer haben! Oh nee! Ist doch keiner da! Nur die Gegend kann, ne? Vorbei! Es freut mich, dass ihr es geschafft habt! Geht zur Kapsel und rüstet euch aus! Gorilla! Oh Mann! Das war jetzt jetzt die 8. Welle! Die letzten beiden werden gar nicht die Größe! Du warst dieses Mal der MVP! Gute Arbeit! Gute Erinnerung, ja! Erzählen... Weiß aus hier heißt das! Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung! Ich könnte das Katana noch holen. Oh ja. Das ist zu still, Leute. Das gefällt mir nicht. Jetzt müsste ich genug haben für den Knüppel. Jetzt habe ich den Knüppel, Alter. So, mein Lieber, das Katana wird verkauft. Jetzt hol ich mir den Knochen zum Meimer. Jawoll, Alter. So, jetzt habe ich den. Muni, das und das. Und was kann ich denn hier haben? Na, wenn wir nicht mehr Geld haben. Nö. Keiner mehr? Gut. Oha. Der sieht jetzt ja ganz anders aus, der Knüppel. Bisschen, ja. Geil. Wir haben ja alles geändert, Alter. Oh, geil! Sirene! Oh! 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 Ich sage mal so wie das. Und da ist auch noch einer. So. Nein! Oh, ohne noch! Ja! Den schneide ich auf! Ja, der ist 25, Level 25 Berserker. Der hat natürlich keine Probleme. Aber schwer ist das ja immer ein bisschen. Das ist ja schlimm. Ja! Ausgezeichnet! Das sind fast alle. Jawoll. Warum treffe ich den nicht? Fuck oder was? Bei mir stehst du hier oben. Oh scheiße, ich habe Tod im Reset. Ich könnte die in den Arsch ficken da von 1&1. Kann ich hier wieder gleich noch reinkommen wieder? Normalerweise schon. Geht zur Anzeigen Kanzler für mehr Ausrüstung. Bei mir rein vorbeitreten. Das lief zweifels ohne sich gut an, oder? Wenn jemand stirbt. Immer zur selben Uhrzeit. Tate 30 Ocken, alter. Für so einen... Einzeit-Piss, alter. Na gut, die letzte Welle werde ich wohl noch miterleben. Schein daher. Das wird nützlich sein. Oh. Mehr Sets im Anmarsch. Packt eure Sachen zusammen. Rapper bei voller Kapazität? Das stimmt doch nicht. Das wird ätzend sein, wenn ich jetzt die letzte... Gerade die letzte... Nee, du hast jetzt... Nein, du hast jetzt erst verlassen. Jetzt tritt nochmal bei. Nein. So. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zu machen. Jawohl. Weht. Die Zeit ist um. Geht, sonst tötet mehr Selbst. Sollte sich mal ihr Gehirn-Reset nennen. Scheiße, Hälfte. Arsch für geil. Ja, das Modem-Reset ist schon scheiße. Absolut. Oder Zwangs... Zwangs-Trennung. Ja, das gibt's in der heutigen Zeit eigentlich. Naja, relativ selten. Jawohl. Bin ich jetzt nicht mit drin? In der letzten Welle? Ne, in der Welle ist er. Ne, in der Welle ist er. Geil. Alles klar, denn das ist ja mein Nächster. Jetzt komm ich ja gleich wieder rein, wenn einer. Oh, ja. Weiß. Die Party geht doch so. Was? Ich glaub du bist voll im Bild, Alter. Cooler Obst. Haha. Oh, der Fugel! Hurra! Wie kein Säge! Komisch, dass ich jetzt nicht wieder reinkommen kann in der Wette, das verstehe ich. Oh, der hat so Fett! Ja! Oh, mein Gott! Ok! Ah! Ah! Ich hab' die Schuße! Ernehm' ich die letzten Gesetze! Dann hab' ich die Händler-Kapsel für euch! Dann fick' ich hier wieder eins und eins. Ich hab' die Schuße! Wollt ihr mal einen persönlichen Besuch abstatten als Berserker? Ha! Nee! Hehehehe! Jetzt wär' ich doch der Meister! Jetzt müssen wir die Schuße doch versauten! Jetzt würde Muramod setzen! Ach, ich bin ja noch in der Endphase mit drin! Da kommt ja noch ne Endphase, hab' ich ganz vergessen! Ja, hab' ich schon nicht gehört! Ja, ich hab' ihn nicht gehört! Barbara scheint gerade die Kettensäge zu bleiben! Ich hab' immer ne schöne Schaufel! Wie viel Geld hab' ich tausend von Wuppert? So, das ist ja nicht schlecht, Alter! Das Geld verdient! So! Nehmen wir wieder den Knochenzimmer! Ich hab' immer ne schöne Schaufel! Ich hab' einen fecken Knüppel, Alter! Wenn man auch einer Kohle über hat, dann kann es ihn mir geben! Die Zeit ist fast um! Trefft eure Wache! Was ist das denn? Oh, ja! Ich hab' sie noch mal! So, wie's aussieht, kann ich die gleich kaufen! Hahaha! So, ich nehm' mir noch die Doppelläufige hier! Beeindruck! Einkaufen hier! Alter, schmeiß' die Schaufel weg! Wir wollen die nicht! So, jetzt muss ich mich noch beeilen! Zack! Den! Jawoll! Passt perfekt! Haben wir noch Labdance hier! Das ist Labdance! Sie hat eine Tanzbille bekommen! Ich bin wieder da! Und ich habe einfach neue Tricks gelernt! Nextasebille, Alter! Jetzt geht's sofort in Nextase, Alter! Ich werde der Spur eurer Verzweiflung! Wölge! Ja! Ja! Wölge! Oh! 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 Moin! Oh! 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 O! Oh! 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 aber die werden nicht so stolz ich höre Mut hoch, Mut von vor dem Fall wenn die Level 25 der Zerker drin ist, Alter das andere ist auch Level 23 Tanzpille, wo ist die Tanzpille, Alter? 22 Felsen, hat ein Sanitäter, das ist natürlich wunderbar vielleicht blume ich euch, damit ich euch immer... haltet die Glückwunsch oh was wollte ich sagen? lass mich nicht oh, ist das so, was ich hier... oh bleibt zusammen, damit ihr ein schönes... wie fühlt sich das an? früher wussten sie noch, wie man Sachen herstellt, die die Jahre über... mit überraschenden Gesichtern tot herumkriegen Verstecke von mir Sicherheit ist ein Gesicht hahaha geil, dann lacht er noch neue Patronen im Laufe wir sind eine Familie meine Kinder werden euch schon zu erheben Arschloch, ich sehe ganz schönes sag ich, sie beiget jetzt alles angestopft der hat sich gehalten Dreck sauer he weh ab hab ich dich zum Glück du bist du nicht zum Lager 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 das hinten ganz gut das ist ein Lager sind wir nicht zum Lager wenn man einen Krack hieß wir müssen in so nahe Nahkampf rein wir nehmen wir haben die Krippe das schaffen wir locker Das ist ein Männerspiel, das ist nichts für Frauen, da müssen sie schon sehr emanzipiert sein. Wenn sie gerade aus Afghanistan wieder nach Hause gekommen, dann spielen sie auch das. Die finde ich noch. Hammer, ich hab mir gedacht, dass ich gar nicht vieles will. Oh, das ist voll auf die Pumpe, Alter. Aber, Alter, wer läuft jetzt her? Bleibt zusammen, damit ihr ein schönes Ziel hab, ich gehe noch in die Luft. Oh, ja. Der ist gestorben, oder? Nee. Ja, da geht der irgendwoher. Ist der da so sprückelklappt, Alter. Das ist auch ein bisschen neu, ne? Ja, das wird alles neu, Alter. Neues Spiel. Neues Spiel. Du bist nicht so schnell. Ein Leiter. Ein weiterer Lakai von der Hose. Der Rote eine wird noch nicht gut, Alter. Das ist kein Gönschatz. Du hast dein Flach zu weich. Er ist ja gleich down, Alter. Aber der ist jetzt immer noch sehr gefährlich. Achtung. Ja. Das ist es. Das ist nicht immer. Oder? Richtig, richtig gut. Kein Blut ist nicht lecker. Jawoll. Er hat schön einen auf die Hübe gefallert, ne? Der blutigste Ort der Welt. Geil. Ein Clown in der Erungskraft drin, Alter. Na, gefällt euch das mal, liebe Freunde? Hardcore, ne? Muss doch sein, ne? Die Mucke, Alter. Die muss ich mal aufdrehen, wenn sie auf der Boxen wollen, ne? Mir fällt den Nachbarn ein bisschen richtig cool, ne? Hoho. Geil. Die von Ramstein hätten sie auch nochmal ranpacken können, Alter. Die von Ramstein, ja. So. Dann sagen wir mal bis zur nächsten Folge. Und, ja. Danke fürs Zugucken. Ciao, ciao. Schade, nur eine. Aber da wird noch mehr kommen.